Herzlich willkommen zu unserem dritten ESG-Webcast. Heute werden uns meine Kollegin Sarah Grammer und ich mit dem Thema EU-Daxonomie beschäftigen. Was ist denn die EU-Daxonomie eigentlich? Wenn wir momentan über die EU-Daxonomie sprechen, dann sprechen wir über die Umwelttaxonomie. Hierbei handelt es sich um ein Klassifizierungssystem, um die wirtschaftlichen Tätigkeiten hinsichtlich diverser Umweltaspekte zu klassifizieren bzw. einzuordnen und eine Orientierungshilfe für diverse Stakeholder zu geben. In der EU-Daxonomie gibt es sechs Umweltziele. Die ersten beiden, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, sind bereits im Detail ausgearbeitet und technische Bewertungskriterien liegen vor. Hinsichtlich der Umweltziele 3 bis 6, die Nutzung und der Schutz von Wasserressourcen, die Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und die Biodiversität liegen momentan Entwürfe vor, die bis Anfang Mai 2023 kommentiert werden können. Wenn wir über Taxonomie sprechen, sind die Begriffe Taxonomiefähigkeit und Taxonomiekonformität relevant. Eine Wirtschaftstätigkeit ist dann taxonomiefähig, wenn die entsprechende Tätigkeit in einer der bereits ausgearbeiteten Sektoren, das sind Branchen bzw. Industrien in den entsprechenden technischen Kriterien aufgelistet sind. Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist Taxonomiekonform, wenn sie einerseits taxonomiefähig ist und andererseits dort entsprechend die Ziele, sprich die KPIs entfüllt. Hierzu ist relevant, dass es bei einem der Ziele einen wesentlichen Beitrag leisten muss und bei den anderen Zielen keine erhebliche Beeinträchtigung verursachen darf, sowie diverse weitere Kriterien zu erfüllen sind. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, im ersten Schritt wird geprüft, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit taxonomiefähig ist. Sofern sie taxonomiefähig ist, wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob sie taxonomiekonform ist. Die entsprechenden KPIs sehen wir hier genannt, die für Unternehmen relevant sind. Hierbei handelt es sich um jene KPIs, die für klassische Unternehmen zur Anwendung kommen. Das heißt, nicht Finanzunternehmen und nicht Versicherungsunternehmen, welche eigene KPIs haben. Für sämtliche sonstige Unternehmen sind die drei KPIs hier Umsatz, CapEx und OPEX relevant. Konkret wird gemessen, der taxonomiekonforme Umsatz, beziehungsweise CapEx und OPEX in Relation zu dem gesamten Umsatz, beziehungsweise CapEx oder OPEX. Nun darf ich das Wort an meine Kollegin Sarah Grammer übergeben und sie wird uns hinsichtlich der EU-Taxonomie auch ein Beispiel zeigen. Jetzt stellt sich dann die Frage, wie genau das Reporting im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie stattfinden soll. Der Umfang und die Art des Reportings ist grundsätzlich im Artikel 8 des Delegierten Rechtsakt der EU-Taxonomie normiert und das betrifft sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Unternehmen, wobei es für diese beiden Arten von Unternehmen unterschiedliche Berichtspflichten und einen unterschiedlichen Umfang gibt, was genau berichtet werden muss. Die erforderlichen Angaben im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie schauen dann folgendermaßen aus. Man stellt sich grundsätzlich einmal die Frage, welche Wirtschaftsaktivitäten sind denn überhaupt taxonomiefähig im Sinne der EU-Taxonomie. Die Unternehmen müssen also feststellen, ob ihre Wirtschaftsaktivitäten in den Anwendungsbereich von den technischen Bewertungskriterien fallen und in der Regel orientiert man sich dabei an diesen technischen Bewertungskriterien und den NACE-Codes. Und man schaut dabei, wie dieser NACE-Code ist, ob sich der in den technischen Bewertungskriterien wiederfindet und die können dort sozusagen als Orientierung dienen. Es ist aber jedenfalls wichtig, sich die technischen Bewertungskriterien nochmal genau durchzusehen, ob die auch erfüllt sind. Die zweite Frage oder die zweite Anforderung, die dann gestellt wird, ist, ob die taxonomiefähigen Tätigkeiten dann auch taxonomiekonform sind. Und dabei ist es ihm wichtig, dass die Tätigkeit das jeweilige Umweltziel erreicht und dafür einen wesentlichen Beitrag leistet. Zusätzlich muss das DUNO-Significant-Harm-Kriterium und der Mindestschutz überprüft werden und ob die Kriterien dort eingehalten werden. Der dritte Teil, und jetzt kommt es dann quasi zum tatsächlichen Reporting, ist eben die Frage, wie hoch der Anteil an den taxonomiekonformen und der taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit ist im Vergleich zur Gesamt-KPI. Und diese Werte müssen dann in dem Meldebogen erfasst werden, wobei es dafür eine genaue Vorlage gibt, wie der eben aussehen muss. Die nicht-finanziellen Unternehmen müssen dabei den Anteil an den ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten offenlegen, die dann den Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen. Im ersten Schritt gibt es eben die KPI-Umsatz. Dabei wird eben der taxonomiefähige Anteil am Gesamtumsatz dargestellt. Und es geht dabei einfach darum, festzulegen, wie hoch der Umsatzanteil an den taxonomiekonformen Produkten und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Gesamtumsatz. Der wiederum setzt sich zusammen aus der Summe des Umsatzes von den taxonomiekonformen, den taxonomiefähigen und den nicht-taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten. Der zweite KPI ist dann der CapEx-KPI und der stellt den Anteil der Investitionsausgaben einer Tätigkeit dar, die eben dann taxonomiekonform bzw. taxonomiefähig sind. Und was sind jetzt dann so taxonomiefähige CapEx? Im Wesentlichen geht es eben darum, zu sehen, welche Zugänge im Anlagevermögen seien das jetzt die immateriellen oder das Sachanlagevermögen entstanden sind und wie hoch der Anteil daran eben taxonomiekonform oder taxonomiefähig ist. Wichtig ist, dass es zu keiner Berücksichtigung von Abschreibungen oder Zuschreibungen kommt und dass für diejenigen, die gemäß IFRS ihre Konzernabschlüsse oder ihre Einzelabschlüsse erstellen, sämtliche Fair-Value-Bewertungen dabei nicht zu berücksichtigen sind. Leasing ist wiederum ein bisschen ein Sonderfall. Der darf nur dann als CapEx berücksichtigt werden, wenn das Leasinggut auch tatsächlich aktiviert wird. Also wenn wir Finance Lease anwenden beziehungsweise im Zusammenhang mit IFRS 16 und dem Ansatz von einem Right-of-Use-Asset. Der dritte KPI ist dann OPEX. Diese KPI stellt den Anteil von gewissen Aufwendungen und Betriebsausgaben dar, die eben mit der EU-Taxonomie in Verbindung stehen. Davon sind umfasst eben sämtliche direkte, nicht aktivierte Kosten zum Beispiel für Forschung und Entwicklung, Renovierungsmaßnahmen, kurzfristige und geringwertige Leasingaufwendungen, Instandhaltung und Wartung sowie sämtliche andere direkte Ausgaben, die im Zusammenhang mit der laufenden Instandhaltung von Sachanlagen stehen, die im notwendig sind, eine kontinuierliche und wirksame Funktionsfähigkeit sämtlicher Anlagen zu gewährleisten. Leasing fällt hier nur dann rein, wenn es eben nicht aktiviert ist. Diese Folie geht jetzt an einen Überblick über sämtliche relevanten IFRS-Standards für jede KPI für alle Unternehmen, die in ihre Abschlüsse nach IFRS erstellen. Der Gesamtumsatz ist in der Regel orientiert sich an den Gesamtumsatz, wie er auch in IAS 1.82 definiert ist. Es wird zwar nicht direkt angesprochen, aber im Wesentlichen sind das eben sämtliche Umsatzerlöse, die im Zusammenhang mit IFRS 15 bzw. IFRS 16 stehen. Beim CapEx geht es eben um sämtliche Zugänge und Aktivierungen von den Sachanlagevermögen, bei immateriellen Vermögen, insbesondere auch mit den als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien und eben Leasing. Nicht relevant sind dabei sämtliche Investments, die von Joint Venture getätigt werden bzw. Investitionen in irgendwelche Finanzinstrumente wie zum Beispiel Wertpapiere. Diese Zugänge können jetzt entweder direkte Ankäufe und Investitionen in Sachanlagevermögen sein oder sie sind eben daraus entstanden, dass es zu einer Erweiterung des Konsolidierungskreises kommt. Bei der dritten Kategorie, bei den OPEX, beschränkt sich diese Liste eben auf eine Anzahl bestimmter nicht aktivierte Betriebsausgaben, wie eben Ausgaben für F&E, die Aufwendungen für die Renovierung von Gebäuden, Short-Term und Low-Value-Leases sowie Instandhaltungen und Reparaturen und wichtig ist es eben, dass da nur die direkten Kosten berücksichtigt werden. Für alle Unternehmen, die jetzt nicht gemäß IFRS ihre Abschlüsse erstellen, sondern aufgrund von nationalen Rechnungslegungsvorschriften ihre Bilanzen erstellen, gilt im Wesentlichen, dass die Umsatzerlöse aus der G&V zu entnehmen sind. Bei den Kategorien geht es wiederum um die Zugänge und Aktivierungen gemäß den Anlagespiegeln, gemäß dem Anlagevermögen, wobei die Investitionen in das Finanzanlagevermögen wieder davon ausgenommen sind und beim OPEX kann man sich grundsätzlich an den Voraussetzungen vom IFRS orientieren. Wichtig ist es aber, dass es zu keinen Doppelerfassungen in CapEx und OPEX kommt, sondern dass quasi jede Ausgabe nur einmal vorkommt. Abschließend soll der folgende Abschnitt dann ein Beispiel dafür liefern, wie so ein Unternehmen vorgehen sollte bei dem Reporting von der EU-Taxonomie. Grundsätzlich muss es sich einmal die Frage stellen, ob die wirtschaftlichen Tätigkeiten EU-Taxonomie fähig sind, welche davon von diesen Wirtschaftstätigkeiten der Taxonomie konform sind und dann werden die drei KPIs berichtet. Als Beispiel dient dafür ein Unternehmen, nämlich die ESG GmbH, die kauft Immobilien und übt Eigentum an diesen Immobilien aus, also sie vermietet sie klassischerweise und zusätzlich macht sie noch ein bisschen Landschaftspflege und 3% des Umsatzes fallen auf diese Landschaftspflege und die 97% kommen eben aus der ersten Tätigkeit, nämlich dem Ausüben des Eigentums an diesen Immobilien. Man kann sich dabei für den ersten Check an diesen NACE-Codes orientieren und man versucht herauszufinden, welche Wirtschaftstätigkeit oder ob die Wirtschaftstätigkeit sich in der Taxonomie wiederfindet. Der NACE-Code der ersten Tätigkeit, L68, der findet sich zum Beispiel wieder, nämlich in der Taxonomie fängt Tätigkeit 7.7, Erwerb und Besitz von Gebäuden. Die Beschreibung stimmt mit den technischen Wirtschaftskriterien überein und somit ist diese Wirtschaftstätigkeit fähig, einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die zweite Tätigkeit mit dem NACE-Code L81.3 findet sich wiederum nicht in den technischen Bewertungskriterien und ist deshalb nicht taxonomiefähig. Das heißt, diese nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten aus dieser Landschaftspflege spielen jetzt einmal keine Rolle mehr, sondern es wird sich jetzt nur noch auf die taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten konzentriert. Und das heißt, wir konzentrieren uns auf diese Immobilienvermietung und da ist eben dann die Frage, was von diesen Wirtschaftstätigkeiten ist jetzt dann taxonomiekonform? Grundsätzlich lässt sich da dann sagen, aufgrund der Fragestellung eben ist diese, die man sich da stellt, dass die Immobilie auch taxonomiekonform ist, weil aufgrund der Bewertungskriterien, der technischen Bewertungskriterien kommt in diesem Beispiel eben heraus, dass die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann zum Klimaschutz. Sie erfüllt das DUNO Significant Harmkriterium und den Mindestschutz. Somit ist Immobilie A in diesem Beispiel taxonomiekonform. Die Immobilie B ist taxonomiefähig und die Immobilie C wiederum ist nicht taxonomiefähig. Wenn man das Ganze jetzt dann überleitet auf die einzelnen KPIs oder wenn man die KPIs herleiten möchte, braucht man dazu die Info, wie hoch Umsatz CapEx und OPEX pro Immobilie sind und natürlich auch den Gesamtumsatz von berichtenden Unternehmen von der ESG GmbH. Und es ist ja schon festgestellt worden, dass die Immobilie A grundsätzlich taxonomiekonform ist und die Immobilie B taxonomiefähig. Und aus diesem Grund können wir jetzt zum Beispiel im nächsten Schritt für die Immobilie A unsere KPIs berechnen, indem wir einfach den anteiligen Umsatz, das ist 30 in diesem Beispiel, in Relation zum Gesamtumsatzrechnen stellen und kommen dabei auf die taxonomiekonforme KPI von 50%. Das gleiche wird dann noch für CapEx und OPEX durchgeführt und auch dort kommen wir dann auf unsere Prozentsätze, die wir wiederum dann brauchen, um sie in den Meldebogen überzuleiten. Und es gibt dann für jede KPI einen eigenen Meldebogen, den man befüllen muss und wo man berichten muss. Und das schaut dann folgendermaßen aus. Jetzt am Beispiel Umsätze. Dieser Meldebogen ist eben unterteilt in zwei Bereiche, A und B. In A die taxonomiefähigen Tätigkeiten und B die nicht-taxonomiefähigen Tätigkeiten. Und die werden dann einfach aufgeteilt. Für jede Wirtschaftstätigkeit gibt es eigene Zeile. Man muss den absoluten und den relativen Umsatzanteilen in dem Beispiel eingeben. Und in Part B oder in Teil B ist dann noch der Anteil der nicht-taxonomiefähigen Tätigkeiten. Und dort findet man dann alle Kennzahlen wieder. Das sind eigentlich genau die Beispiele von den oder die Zahlen von den Immobilien A, B und C. Von den taxonomiefonformen fähigen, aber auch von den nicht-taxonomiefähigen Immobilien. Und am Ende ist es halt ganz wichtig, dass dieser Gesamtumsatz von 60 sich auch so in der G&V oder im Konzernabschluss, wo auch immer, wiederfindet. Das war es soweit mit einem kurzen Beispiel noch zur Herleitung der KPIs und ich darf jetzt wieder an Eva übergeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für heute. Wenn ihr auch an den Grundlagen von ESG interessiert seid, beziehungsweise an Sustainable Finance, dazu gibt es separate Webcasts und an unseren Webcast Nummer 1 und unseren Webcast Nummer 2. Wenn ihr an weiteren ESG-Themen interessiert seid, bleibt einfach dran, wir werden weitere ESG-Webcasts in Kürze produzieren. Vielen herzlichen Dank von unserer Seite. Bis bald!